Kurt Tucholsky, die freie Marktwirtschaft Ihr sollt die verfluchten Tarife abbauen, ihr sollt auf euren Direktor vertrauen, ihr sollt die Schlichtungsausschüsse verlassen, ihr sollt alles weitere dem Chef überlassen, kein Betriebsrat quatsche uns mehr herein, wir wollen freie Wirtschaftler sein, fort die Gruppen sei unser Panier, na, ihr nicht, aber wir. Ihr braucht keine Heime für eure Lungen, keine Renten und keine Versicherungen, ihr solltet euch allesamt was schämen, von dem armen Staat noch Geld zu nehmen, ihr sollt nicht mehr zusammenstehen, wollt ihr wohl auseinander gehen? Keine Kartelle in unserem Revier, ihr nicht, aber wir. Wir bilden bis in die weiteste Ferne Trusts, Kartelle, Verbände, Konzerne. Wir stehen neben den Hochofenflammen in Interessengemeinschaften fest zusammen. Wir diktieren die Preise und die Verträge. Kein Schutzgesetz sei uns im Wege. Gut organisiert sitzen wir hier. Ihr nicht, aber wir. Entschlecke mira, wir müssen im Wege kommen. Vielen Dank.